Hallo zusammen, ich bin eure Agentin Li und heute geht es nicht um ein neues Buch, nein, sondern um meine Mission. Was mache ich? Also, ich mache diese Videos nicht, um irgendeine Styling Queen zu sein, obwohl ich speziell angezogen bin. Klar, ich mag auch schöne Dinge, aber das ist nicht das Wichtigste im Leben. Mir geht es wirklich um die Bücher. Mir geht es darum, einfach die Bücher zu glorifizieren, damit sie nicht zur Vergessenheit geraten. Und ich mache diese Videos auch einfach über Bücher, die ich liebe, mit denen ich mitgeführt habe, Bücher, die mir empfohlen worden sind, Bücher, über die ich gestolpert bin, bei Webseiten und bei Goodreads oder whatshouldireadnext.com. Deswegen, ich bin offen, sei es Biografie, sei es medizinische Bücher, psychologische Bücher, Krimis, alles. Ich mag einfach Bücher und ich will sie einfach in die Welt daraus bringen. Und wer weiss, vielleicht hört mir jemand gerne zu, vielleicht entdeckt so jemand ein Buch, das er vorher nicht gelesen hat und hatte grosse Freude daran. Was gibt es Schöneres? Deswegen, wenn es ein Buch gibt, das ihr überall alles liebt, könnt ihr mir einen Tipp da lassen, ihr könnt mir einen Kommentar schreiben, ihr könnt auch auf unsere Webseite gehen und mich kontaktieren. Könnt ihr das nächste Video sein, das ich mache. Oder wenn ihr selber schreibt und wollt, dass ich etwas daraus vorlese oder es mir einfach anschaue, dann könnt ihr mir das auch schicken. Und ich bin für alles offen, also wenn ihr Tipps habt, könnt ihr schön Kommentare schreiben. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und danke fürs Zuhören. Tschüss! Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.